Nicht mal ihr. Ich sehe sie. Echt? Das ist keiner aller Raum. Geh zur Treppe. Die hier. Oh, oh. Alter, bin ich blind. Dankeschön. Hups. Ei, die von 6. Alter. Echt so viele Blumendinger? Nö, irgendwie nicht. Lauf schneller, Harry. Hey, du. Machst du halt Raum? Ich glaube, da oben sind keine. Du, 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 du. Aber ihr müsst unbedingt hinterher rennen, um Fotos zu machen, ja? Und wenn ich geplatzte Trommelfelle davon bekomme. Ich mache ein Foto von Harry Potter. Ja. Du, 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 du. Du, 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 du. Vor ein paar Monaten habe ich mal gelesen, dass Harry Potter auf Deutsch Harald Töpfer hieße. Der Arme. Okay, ja, ich geh hier rein. Uuah, ich geh dich vorbei locker. Unruhe. Können wir den Unterricht nicht einfach skippen? Hm? Der bringt uns doch eh nichts bei. Na ja, ob man Harry übersetzen kann, wenn nicht, fraglich auch. Harry Potter, haben sie recht. Der Arme. Bleiben wir bei Harry Potter. Glaub ich jetzt alle geloven, ne? Menno! Du willst welche. Geh weg, Junge. Ja. Dann sind sie hier gesetzt. Ach du Kacke, ich muss das selber machen. Ja. Da. Da kommst du dahin. Ja, okay. Dann kommst du dahin. Dann kommst du dahin. Und das Ausschlussverfahren sagt, du kommst dahin. Hallo, Harry Stotter. Der bringt dir bei, wie man am besten nichts weiß. Ah. Cool. Dann sollte ich da vielleicht doch hingehen. Ja. So, wo ist der letzte Blumenkübel? Blumenkübel, Blumenkübel, Blumenkübel. Da oben auch nicht, da links auch nicht. Muss aber mal rechts sein. Bist du das blöd? Blöd. mir fehlt noch eine so ne so ne so ne so ne ding da alter das ding kann ich ja bestimmt auch kaputt machen Komm mal mit. Bist im Weg. Colin! Yay! Die Blume war egal, einfach nur Rusting. Ernie McMillen! Ernie. Er, Er, Ernie. Entschuldige. Ach. 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 Welche Preise? Ja, weg da. Du hast gefehlt. Anna, er behebt. Ich hatte Ernie besser. Ernie. Er hat ihre Leute, wie ich sehe. Ja. Ich habe sie alle fest im Griff. Ja. 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 Also im Film konnte er weniger. Ja. 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 Ich schieße einfach wild durch die Gegend. Irgendwann wird schon was treffen. Im Film hat er auch keine Perücke. Stimmt. Klar. Sorry, Ron. Er hat Ron eingefroren. Upsi. Er hat den Anstand gemacht. Ich glaube, er hat den Ere motion zu haben. Kaboom. ... naja wenigstens das hat er auch es ist es ist es ist Warum hat er niemand in der Kiste? Stopp! Okay, stopp! Miau! Golde der Steine! Stein, 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 Stein! Das ist nicht! Ha! Schneller! Money, money, money! Frusty Party! So, tschüss, ich geh! Viel Spaß noch mit dem komischen! Gilderoy, locker! Oh Gott! Du Cheater, ich muss tippen! Du nur einen Knopf drücken! Ich kann's halt! Ha! Hört mich an zu schreien! Wo muss ich reden? Okay, einfach noch hier rüber! Lalalalalalalalalala! Eeeeeeeeh... ähm... Sind das kleine Lügel? Häuf bei den Spinnen? Miefi Papi! ... Nie... ... ... ... ... Oh! 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 Aber das ist nicht. Da glitzert sie. Ich kann die Blume umhängen. Ich hänge eine Blume um. Ich war es auch nicht. Hier ran war es. Bei der Lache es kann nur ran gewesen sein. Ja, okay, ich war es. Sag ich doch. Stirn. So und nix. Du hä? Ich bin ein Helikopter. Harry hat seinen Kopf in den Kürbis gesteckt. Helikopter. 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 Wie komme ich hier wieder raus? Ah. Da? Und? Gießen. 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 Bist du jetzt ein Helikopter oder ein Harry Copter? Die Affinity for Harry Copter Oh! Wir kommen doch! Ich hab das Gefühl, es gibt Quidditch. Pass on, sorry. Können wir wissen. Ich wollte eigentlich gerade ein Besen nehmen, um da hochzukommen. Oh. 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 Guten Tag. Oh. 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 Der Klatscher mag dich! Der Klatscher will knuddeln! Nein, er will nicht knatschen, ja? Er will knuddeln! Dobi, du Sau! Ich wollte auch mal klatschen! Achso! Okay! Nein! Danke! Zwei von vier! Weeeee! Eeeh! Was ist das? Aha! Guck mal an! Kleine Fabian! Was tue ich hier? Hallo! Was? Ich seh das nicht! Dobi ist im Weg! Entschuldigung! Entschuldigung! Dobi! Ey Dobi! Ey Dobi! Ey Dobi! Ey Dobi! Da! Nein! Was was die da tun? Im Weg stehen! Ey Dobi! 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 freigelassen ich habe macht kaputt was anderes lassen sich doch nicht den schatz freigelassen hallo title ist wie geht es dir also wie geht es überhaupt allen guten tag darüber genau da will ich hin ganz gut so weit und selbst ja wie geht es auch gut auch mein vertrag kam heute übrigens an die klausur kam zurück hat mit 23 u glückwunsch das kommt da oben dran dass mich zu einfach das geht und schon unterschrieben ich muss nämlich noch ein bisschen mehr ausfüllen und bei dem einen weiß ich nicht ob ich das ausfüllen muss deswegen rufe ich da morgen an und fragt nach bei dobi tschüss dobi tschüss dobi ok hagrid zieh uhr lege harry potter das ist das lange her hey ist mein erstes mal also mittlerweile mein zweites mal wir haben ja schon mal das passt so und und das passt so Naira, die erstes Mal. Das hört sich so falsch an. Hallo. Hallo. Wie, nö. Hallo. Heya. Auch nicht. Hagrid. Hallo. Auch nicht. Dann halt nicht. Na, wird die Brücke zu schwer. Jetzt kann ich die Kiste immer noch nicht aufnehmen. Hallo. Dann halt nicht. Ich hatte mal einen 100% Spielstand mit einiger Mühe, weil ich einen nervigen Bug hatte. Oh, die suchen auch hier noch Slytherin aus. Können die das einem nicht sagen? Hallo. Wie komme ich denn eigentlich wieder hoch? Puh. Ich bin doch Slytherin. Wie komme ich denn eigentlich wieder hoch? Ich bin doch noch nicht mehr so für wie bei mir ist. Ich bin doch noch mal. Ich bin doch mich von mir. Ich bin doch noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020